blauer berber ja die sind richtig ordentlich finde ich noch ein hinterher also für 1,5 gramm sehr schön noch ein blauer berber geile sache links von mir eine verpuffung der war nix ja geil der bock hat kanal abonnieren noch ein letzte vom blauen berg sehr schön sechs stück ja sehr geil ja komm mal grüßt euch ja ja ja